Ja, was verbinde ich mit der Friedlichen Revolution 1989? Dadurch, dass ich aus Blauen kam, was direkt an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze liegt und dort auch, obwohl ich noch in der Schule war, die Demonstrationen miterlebt hat, war es für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Das heißt, obwohl ich zwölf Jahre alt war, kann ich nur noch sehr gut an die Zeit und die darauf folgenden sehr schnellen Veränderungen innerhalb von einem Jahr erinnern. Es ging los mit den ersten Demonstrationen im Oktober. Dann die Erfahrung, obwohl man so nah im Grenzbereich aufgewachsen ist und nie in den Westen vorher gehen durfte, dass sich dann einfach die mögliche Gegner hat, und auch die Verwandtschaft in der sehr kurzen Entfernung im Westen zu suchen, was natürlich langfristig danach mein Leben verändert hat. Für mich hat sich natürlich durch die deutsche Einheit ganz andere Möglichkeiten angeben. Vor allen Dingen langfristig gesehen dann während meines Studiums auf dem Land, das Aufenthalte in Frankreich und danach auch die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten, was ich natürlich als ehemaliger Ostdeutscher sonst nie die Möglichkeit gehabt habe. Darum für mich war es ein wahnsinnig positiver Effekt. Und ich bin froh, dass ich auch in meinem Alter war, um diese Möglichkeiten zu nutzen, was sich im Vergleich zu meiner älteren Generation natürlich ganz andere Möglichkeiten und ganz andere Lebensläufe dadurch ergeben haben.